Was ist Mobbing wirklich? Was ist Mobbing und was nicht? Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Herzlich willkommen bei Starke Kinder, Starke Zukunft. Mein Name ist Daniel Dudek. Es ist so, dass wir ganz viele positive Rückmeldungen kriegen und eine Rückmeldung hat mich dazu gebracht, diesen Podcast aufzunehmen. Eine Mama schrieb, vielen Dank für das Event, das war super, haben ganz viel gelernt. Vor allem haben wir erkannt, es gibt einen Unterschied zwischen Mobbing und der Tatsache, dass man Trottel in seinem Umfeld hat. Und ich muss sagen, diese Rückmeldung hat mich gefreut, weil das wirklich wichtig ist, diesen Unterschied zu erkennen. Und ich möchte da ein bisschen näher drauf eingehen, zum einen in dieser Folge. Ich werde, denke ich, sogar mein nächstes Buch komplett diesem Thema widmen. Wie können wir anders mit Mobbing umgehen? Was ist der Status quo? Was ist Mobbing, was nicht? Weil es ist ehrlicherweise schwer definierbar. Lass uns mal anschauen, was zum Beispiel, heutzutage geht man ja auf Wikipedia, was da steht. Mobbing oder Mobben als soziologischer Begriff beschreibt das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe. Ja, herzlich willkommen. Was ist das denn für eine Definition? Völlig ungreifbar. Aber damit kann man überhaupt nichts anfangen, um es mal ganz deutlich zu sagen. Weil, noch, also es ist ja völlig subjektiv. Also gucken wir uns das nochmal an. Mobbing ist das wiederholte und regelmäßige. Okay, ab wann ist etwas regelmäßig? Also wiederholt ist zweimal. Ist also, wenn ich jemand zweimal als Arschloch bezeichne, bin ich dann Mobber. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, nee Daniel, das ist ja noch nicht regelmäßig genug. Okay. Aber was ist, wenn ich als Gegenargument bringe, na möglicherweise ist die Person ja aber psychisch so labil, dass selbst beim ersten Mal Arschloch, oh Entschuldigung, jetzt müssen wir das hier auf Explicit Lyric machen. Naja, egal. Ist halt so. Also, in diesem Fall ist vielleicht der Mensch, wenn der das erste Mal das Wort Arsch hört, bereits am Rande seiner mentalen Kapazität. Das heißt also, wo setze ich jetzt die Grenze? Ein Mensch, der psychisch völlig in sich gefestigt ist. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, ich will mich jetzt hier nicht als krasser Typ darstellen, aber ich bin ziemlich in mir gefestigt, ich ruhe in mir und ich kriege die ganze Zeit online Hate ab für das, was ich mache. Also, die meisten Menschen, so 90% der Kommentare sind positiv, die finden es super, 10% sind negativ, 10% finden doof, was ich mache. Irgendeine Person zum Beispiel, die verfolgt jetzt tatsächlich immer den, also habe ich so das Gefühl, dass es immer dieselbe ist, nicht das Gefühl, ich habe den Gedanken, dass es immer dieselbe ist, weil eine ähnliche Sprache in den Kommentaren erkennbar ist. Die Person scheint, also ich scheine irgendwas in der Person zu triggert, getriggert zu haben, dass die mich jetzt online verfolgt sozusagen und die gibt negative Bewertungen ab und die schreibt negativ unter zu irgendwelchen Postings etc. Jetzt könnte ich ja sagen, ich werde gemobbt online, Cybermobbing. Um ehrlich zu sein, mich juckt es überhaupt nicht. Dann soll er das doch schreiben. Ich meine, wenn der seine wertvolle Zeit damit verbringen möchte, online sich mit mir zu beschäftigen, ja, herzlich willkommen in deiner Welt. Mach weiter so, interessiert mich nicht. Heißt also, mich juckt es nicht. Jetzt könnten wir uns ja aber mal vorstellen, das Gleiche passiert einem Kind. Also, und nehmen wir mal einen Jugendlichen. Ist bei Snapchat ganz stolz mit 15 Jahren, dann nehmen wir Instagram. Und postet so von seiner, von seinem Leben. Und hat auf einmal zwei, drei Hater. Jetzt ist dieses Kind aber möglicherweise noch nicht so psychisch gefestigt und hat so für sich diese Klarheit, du weißt, mach was du willst, interessiert mich nicht. und wird auch über einen längeren Zeitraum von vielleicht jetzt so anderthalb, zwei, drei Monaten ständig von dieser Person online mit irgendwelchen Falschaussagen konfrontiert. Weil die Personen, die mich da online, also es ist nicht nur eine, es sind auch wahrscheinlich ein paar mehr, aber da werden teilweise Falschaussagen getätigt. Also teilweise unter, zum Beispiel Werbeanzeigen, die wir laufen haben. Schrieb neulich einer, was will der Typ denn hier eine Ausbildung für andere Pädagogen und Coaches machen? Der hat doch nur ein Buch gelesen und denkt jetzt, er wär's. Das ist eine Falschaussage. Jetzt könnte man vielleicht sogar schon so weit gehen und sagen, ja, da das ja unter einem Werbebeitrag ist, ist das nicht vielleicht, also jetzt will ich nicht übertreiben, aber ist das nicht rufschädigend? Da kann man alles diskutieren, aber da ich mir denke, weißt du was, man sieht ja, wenn man sich mit mir befasst, dass da was hinter steckt, dann soll die Person doch ihren Müll hier abladen? Wurscht. Die richtigen Menschen werden schon erkennen, dass dahinter etwas steckt. So, aber jetzt geht das in einer Tour. So, da werden Falschaussagen getätigt. Über mich. Und jetzt nehmen wir mal an, dieses 15-jährige Kind erlebt Falschaussagen über sich. Wo ist jetzt Mobbing? Ist es bei uns beiden Mobbing? Könnte man sagen, ja, mich interessiert's nun aber überhaupt gar nicht. Ich brech da nicht dran zusammen. Was ist aber, wenn das 15-jährige Kind daran zusammenbricht? Und jetzt verstehst du schon, worauf ich hinaus will. Eine Definition wird diesem Thema nicht gerecht, weil es komplett individuell ist, dass der eine Mensch ist schnell am Rande seiner mentalen Kapazität, andere brauchen da, also kommen teilweise gar nicht da dran. So, schauen wir also wieder rein. Das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, damit kann ich leben, dieses seelische, weil alles andere wäre aus meiner Sicht Körperverletzung und kein Mobbing. Also, völlig anderes Delikt sozusagen. Also, wenn ich jemanden zusammenschlage, ist das kein Mobbing, das ist ein Stück Körperverletzung. Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe. Okay. Und jetzt merkst du schon, also an dieser Definition können wir eigentlich relativ schlecht erkennen, was Mobbing jetzt ist und was nicht. Daher plädiere ich dafür, überhaupt mal zu erkennen, Mobbing ist immer etwas Individuelles. Und es liegt vor allem auch daran, wie geht der Mensch, der in Anführungsstrichen gemobbt wird, damit um. Wo das eine Kind ein Jahr lang in der Schule beleidigt wird und sich immer wieder denkt, na wie süß. Ihr gebt euch aber echt Mühe. Ich mag eure Energie, wie ihr wirklich probiert, mich runterzumachen. Na, irgendwann werdet ihr noch merken, dass es mich überhaupt nicht interessiert. Und ein anderes Kind erlebt dasselbe und ist nach einem Jahr reif für die Psychiatrie. Mobbing ist keine Definition. Mobbing ist ein individuell gefühlter Zustand. Und das ist wichtig zu erkennen. Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Pädagoge sagt, na ja gut, aber du wurdest ja nur fünfmal in der letzten Woche beleidigt. Das ist ja nun nicht wiederholt und regelmäßig. Da können wir jetzt nicht einschreiten. Ist ja kein Mobbing. Dann ist das großer Scheißdreck. Weil möglicherweise ist für das individuelle Kind es ja gefühlt Mobbing. Und darum geht es doch. Geht doch nicht darum, was ich als Erwachsener glaube, definieren zu müssen. So, und was diese Familie jetzt für sich aber auch erkannt hat, und das ist mir sehr wichtig, ist, wir alle haben Menschen in unserem Umfeld, die anstrengend sind. Die kennst du, die kenn ich. Die haben wir teilweise in der eigenen Familie. Und das merken wir spätestens Weihnachten. Wenn wir alle wieder zusammensitzen. Du kennst das. Du denkst dir nach drei Tagen Weihnachten in der Familie vielleicht auch manchmal. Boah, gut, dass ich den jetzt ein Jahr nicht mehr sehe. Es gibt Menschen, die sind anstrengend. Da kannst du mich jetzt für kritisieren, dass ich so deutlich anspreche. Aber die gibt es. Es gibt doch Idioten draußen in der Welt. Wollen wir doch ehrlich sein. Die gibt es in jeder Firma. Die treffen sich an der Kaffeemaschine mittags, um über andere zu lästern. Das sind doch keine. Die haben doch einen, die haben doch einen Schuss nicht gehört. Es gibt Menschen, die schauen sich Fernsehserien an, wo Menschen vorgeführt werden und nennen es gute Unterhaltung. Lässt dann in einer Firma über diese Person, die da im Fernsehen vorgeführt wurde, in irgendeiner Sendung, regen sich aber drei Sätze später darüber auf, wie die Jugendlichen auf Schulhöfen so schlecht miteinander umgehen. Hä? Also entweder möchte ich Respekt in der Welt haben, dann sollte ich aber nicht über andere Menschen lästern. Oder ich sage, es ist völlig okay, dass ich lästere, dann muss ich wohl damit leben, dass es auf dem Schulhof genauso läuft. Und ich glaube nicht, dass wenn, also, ich glaube, es gibt den Moment, wo man wirklich auch als Eltern, als Lehrer unbedingt einschreiten muss, weil eine Person wirklich leidet, subjektiv leidet. Jetzt völlig frei von irgendeiner Definition von anderen. Diese Person leidet, weil sie vielleicht psychisch noch nicht in der Lage ist, das auszuhalten. Und dann ist es nicht die Aufgabe von uns Erwachsenen, das zu bewerten, sondern zu sagen, okay, du bist individuell gefühlt wirklich am Rande deiner Kapazität, jetzt kriegst du Hilfe. Häufig, und das ist allerdings auch meine Beobachtung, wenn wir ein bisschen spielerisch ans Thema rangehen und den Kindern erklären, und das machen wir ja bei den Eltern-Kind-Events, das machen unsere Trainer, die ausgebildet werden, um in die Welt zu gehen und etwas zu verändern. Die rennen nämlich nicht als starke Runde-Muckis-Trainer in die Welt und erzählen den Kindern, ihr werdet alle gemobbt, sondern die sagen, hey, jetzt wollen wir das mal ganz objektiv betrachten, mal emotionslos. Wenn jemand zu dir sagt, du bist doof, dann ist das grundsätzlich erstmal nur eine Meinung. Und wenn jemand eine Meinung über dich hat, dann ist es genau das. Eine Meinung. Und nur weil Menschen etwas über dich denken, ist es nicht richtig und daher ist es überhaupt nicht wichtig, was sie über dich denken. Es ist doch entscheidend, was du über dich denkst. Was Menschen über dich denken, denen du vertraust und wo du sagst, das sind meine engsten Menschen, das sind die Menschen, die ich liebe. Und wenn die fünf, sechs, sieben Menschen, die du wirklich liebst und die dich lieben, gut über dich denken, aber drei in deiner Klasse sagen, du bist ein Assi, ist das vielleicht kein Mobbing, sondern einfach nur eine Meinung. Und diese Meinung sagt gar nichts über dich aus. Die sagt nur was über die drei aus, die das ständig sagen. Und die Aussage dahinter ist, die haben das Leben nicht verstanden. Hätten sie es verstanden, würden sie es nicht sagen. Denn jemand, der das Leben verstanden hat, und das meine ich genauso, wie ich sage, der geht respektvoll durch die Welt. Der sieht andere Menschen. Der achtet sie. Jemand, der das Leben verstanden hat, der sagt doch, das Leben ist eigentlich Liebe. Wir können uns doch gegenseitig groß machen. Wir können uns doch gegenseitig, es ist doch genug für alle da. Wir können doch uns gegenseitig stärken. Ich renne doch nicht, wenn ich das Leben kapiert habe durch die Welt und mache andere drunter. Dann mache ich doch, wenn es bei mir selber nicht ganz rund läuft. Jemand, der andere fertig macht, bei dir, der hat doch selber ein Problem. Und das den Kindern auf eine kindgerechte Art zu vermitteln, und das ist das, was die beim Eltern-Kind-Event spüren. Die spüren auf einmal, ey krass, ich habe mir immer eingeredet, ich werde gemobbt, vielleicht werde ich gar nicht gemobbt, vielleicht haben die einfach nur eine Meinung. Irgendeine Meinung. Und die sagt doch gar nichts über mich aus. Wenn die sagen, ich bin eine Brillenschlange, ich aber sage, ich mag meine Brille, dann ist das Thema erledigt, dann sollen sie meinetwegen noch fünf Monate sagen, interessiert mich immer noch nicht. Weil ich meine Brille trotzdem mag. Weil ich mich nicht abhängig mache davon, was die Nachbarn über mich sagen. Früher war das so, da sollte man immer gucken, wie die Nachbarn über einen denken. Ja, warum soll ich denn gucken, wie die Nachbarn über mich denken? Ich soll doch gucken, wie ich über mich denke. Oh, jetzt rede ich mich in Rage. Naja, gut. Okay, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt geht es weiter. Es ist doch völlig egal, was die Nachbarn über mich denken. Warum sollte ich mich dafür interessieren, was irgendwelche Menschen über mich denken, mit denen ich kaum Zeit verbringe? Der Dudek ist arrogant. Häufig kriege ich genau diese Rückmeldung von Menschen, die mich nicht gut kennen. Der Dudek ist arrogant. Warum? Weil ich mir nicht ständig in mein Gehirn reinreden lasse. Denn es kommen sehr häufig Menschen auf mich zu, die haben keine fachliche Expertise in dem Gebiet, wo ich unterwegs bin. Die haben aber ganz viel Meinung dazu. Und dann wollen die mir erzählen, was ich wie und wann zu tun hätte. Während mir gleichzeitig aber die Kinder, also das ist häufig, wenn ich dann Trainings gebe, dass manchmal zum Beispiel Erwachsene nicht verstehen, was da passiert, weil die nicht nachvollziehen können, was ich da mache, weil die zu eingefahren sind in Glaubensmustern. Die Kinder verstehen es und bedanken sich überschwänglich bei mir, wie sich was verändert hat. Ja, soll ich jetzt denen zuhören, die da rumkritisieren, weil sie es nicht verstehen oder soll ich mich auf die Kinder fokussieren, die es lieben und die über sich hinaus wachsen? Jetzt nehmen wir mal einen Lehrerkollegium, einen ganz stumpfen Lehrerkollegium. Beobachten, nehmen wir mal als Beispiel 15 Lehrer dieses Training. Mindestens 10 erkennen den Mehrwert und feiern es ab und bedanken sich. 2, 3 gucken nicht richtig zu, weil sie ihren Gedanken so woanders sind. Das ist Standard. Und 2 verstehen es nicht, weil ich zum Beispiel den Kindern beibringe, hey, es ist nur eine Meinung und was Menschen über dich denken, ist nicht automatisch richtig, also nicht automatisch wichtig. Und jetzt stell dir vor, diese zwei Lehrer, von denen ich gerade rede, sind aber aufgewachsen in einer Familie, in der es immer darum geht, was die Nachbarn über einen sagen, ist wichtig, was die Menschen über dich denken, ist wichtig. Und jetzt kommt so ein Typ wie ich mit Bart und Tolle und erzählt es Quatsch. Natürlich finden die das, was ich sage, falsch. Das hat aber wieder nichts mit mir zu tun. Das ist die Auffassung dieser Menschen. Und das ist übrigens, ganz wichtig, völlig okay. Es ist völlig okay. Es geht nicht darum, dass es jetzt falsch ist, nur ich muss mir ja das jetzt nicht noch in mein Gehirn einpflanzen lassen, weil damit lasse ich mich von meinem Weg abbringen. Und dann sage ich zum Beispiel sowas wie, hey, ist okay, das ist ihre Meinung, aber ich mache mein Ding weiter. Und dann bin ich plötzlich arrogant, weil ich mir ja keine Kritik annehme. Doch, ich nehme mir Kritik an, aber es kommt darauf an, wer sie äußert. Denn jeder von uns hat nur ein Gehirn. Und ich lasse mir meines nicht vermüllen. Und ich empfehle Kindern, tut das auch nicht. Erkennt, es ist eine Meinung. Es ist eine Meinung. Es ist eine Meinung. Und die ist immer subjektiv geprägt. Ich glaube, wir müssen Kinder dahingehend bestärken, zu erkennen, guck mal, es gibt Menschen, die dich lieben. Du bist gut, wie du bist. Und wenn dir jemand, den du liebst und mit dem, wo du weißt, der ist dir gegenüber wohlgesonnen, der darf dich kritisieren, weil das ist der Punkt. Mich dürfen Menschen kritisieren. ich gehe dann teilweise zu Coaches und zahle denen unfassbar viel Geld dafür, dass die mir ganz klar sagen, wo meine Schwächen sind, was ich besser machen kann. Aber ich weiß, dass deren Meinung aufgrund von einer eigenen Expertise für mich sehr wertvoll sein kann. Wenn ich jeden Menschen einfach in mein Gehirn reinsprechen lasse, dann habe ich tausende Meinungen in meinem Gehirn und ich mache nicht mehr mein Ding. Ich mache jetzt deren Ding, weil ich mir habe mein Gehirn zumüllen lassen. Und jetzt könnte es sogar sein, dass ich dann irgendwann den ganzen Negativmenschen Aufmerksamkeit gebe und dann fühle ich mich plötzlich klein, schwach und gemobbt. Aber vielleicht ist es einfach, weil ich mir mein Gehirn zu lange habe vermüllen lassen. Ich glaube, Kinder müssen erkennen, es gibt Menschen, denen du vertrauen kannst und denen solltest du zuhören. Und wenn dich deine Eltern mal kritisieren, hey, nimm das ernst. Wenn deine Lehrer dir in schulischen Themen Kritik gegenüberbringen, ist das auch kein Mobbing. Du wirst dann von deinen Lehrern nicht gemobbt. Die sagen dir, was dich besser machen kann. Kommt jetzt aber zum Beispiel auf dem Schulhof ein Zweitklässler vorbei und sagt, du bist der schlechteste Schüler der Schule. Hör dem nicht zu. Was willst du dem denn jetzt zuhören? Willst du dem jetzt noch Aufmerksamkeit geben? Für was? Dafür, dass dein Gehirn schlechter wird? Macht doch gar keinen Sinn. Wenn die Lehrerin das zu dir sagt, du bist aktuell nicht auf dem Level, wo du sein könntest, herzlich willkommen, geiles Feedback, lern daraus. Sag das der Vierttester eine Pause später wieder zu dir, ignoriere es. Weil der Vierttester ist nicht an dem Level, dass er dir erzählen kann, wie du der weltbeste Schüler wirst. Die Lehrerin ist an dem Level angekommen. Also fokussier dich auf die Menschen, die dir helfen können. Und Kinder sind ständig diesen Bewertungen ausgesetzt, von überall und nirgends. Der Mann übrigens, der mich kritisiert hat online, der sagte, ich würde ja nur so tun, als wenn ich Coach wäre, ich hätte ein Buch gelesen, schrieb dann irgendwann in so einem Konversationsverlauf, dass er selber Erzieher ist. Und da habe ich ihm geschrieben, Kollege, bist du, also ich habe nicht geschrieben, bist du bekloppt geworden, ich habe es ein bisschen netter formuliert, ich habe gesagt, Kollege, das, was du hier tust, ist genau das Problem. Okay, du gehst unter einen Post, du behauptest Unwahrheiten und glaubst im Recht zu sein. Genau das erleben Kinder ständig in der Schule, wenn sie von anderen in Anführungsstrichen gemobbt werden. Da schließt sich eine Gruppe zusammen, glaubt, sie wäre besser als dieses eine Kind und unterstellt Unwahrheiten. Diese Gruppe glaubt sich ja aber leider genau das, was sie da sagt. Die glaubt ja, dass Brillenschlangen doof sind, Mädels scheiße, rothaarige, hässlich oder Ausländer raus müssen. Die glauben sich den Schrott ja. Genau wie du dir hier unter diesem Post glaubst, dass ich nur ein Buch gelesen habe. Du beschäftigst dich ja aber noch nicht mal mit mir. Und jetzt schreibst du mir auch noch, dass du Erzieher bist. Du als Erzieher solltest doch genau das Gegenteil leben, als das, was du da gerade machst. Ja, hat er aber auch nicht verstanden am Ende. Was ich damit sagen möchte ist, erstens, es ist scheinbar ein Thema, was mich ins Feuer bringt, weil ich finde, es ist so schade, dass ich dann auch noch von Pädagogen höre, wie sie mit mir umgehen, während sie gleichzeitig aber eigentlich auch nur das Beste für die Geschehen. Ich unterstelle diesem Erzieher, er will wirklich etwas Gutes für Kinder erreichen, ist in seiner Vorbildfunktion aber nicht da, dass er das tut. Nicht alles ist Mobbing. Was ich damit also auch sagen will, ist, der Mann mobbt mich online nicht. Der hat irgendeine Meinung, die ist nicht fundiert, ist aber auch okay, ist halt eine Meinung. Aber das darf mich doch jetzt nicht an den Rand meiner Kapazität bringen, das ist ein kleines Stürmchen vielleicht, vielleicht nur noch niemand stürmt, vielleicht ein kleines Windchen, was ich jetzt abkriege, aber dafür darf ich doch jetzt nicht umkippen. Wie ein Fähnchen im Wind, sondern ich muss dann da stehen und sagen, hey, ist okay, ist deine Meinung. Kann ihm auch nochmal einen Gegenpart geben und auch meine Meinung reinschreiben, aber am Ende darf es mich nicht psychisch so triggern, dass ich anfange zu leiden und irgendwann nur noch den Hatern Aufmerksamkeit gebe, sondern mich auf das fokussiere, was gut ist. Und das ist halt der Punkt, wie aus Mobbing plötzlich kein Mobbing mehr wird, sondern einfach nur eine andere Meinung. Denn stell dir vor, dieses Kind, was eben mal mit 15 auf Instagram oder im Ebenfall Hate bekommt, schafft es sich psychisch auf die guten Dinge zu fokussieren. Das schafft sich psychisch auf das zu fokussieren, was gut ist. Und dann kriegt er drei, vier schlechte Kommentare und denkt sich aber, hm, gut, ist halt eine Meinung. Genauso wie die anderen guten Dinge auch eine Meinung sind. Worauf will ich mich in meinem Leben fokussieren? Naja, auf das Gute, weil ich möchte ein gutes Leben. Ich möchte mich wohlfühlen. Es macht keinen Sinn, drei Menschen, die mich täglich hier doof runtermachen, überhaupt Aufmerksamkeit zu geben. Ich fokussiere mich auf das Gute in meinem Leben. Und dadurch wird es vielleicht nicht unbedingt schön, dass drei Leute immer wieder was posten. Ich finde das auch nicht toll. Aber es triggert mich nicht so sehr, dass ich darunter leide. Und das ist doch das Thema. Wenn Menschen probieren, mich zu mobben, aber ich nicht mehr leide, ist Mobbing eigentlich nicht mehr möglich. Häufig könnte man jetzt sagen, naja gut, aber wenn es körperlich wird, da muss ich ja irgendwas tun. Ja, aber körperliche Gewalt ist kein Mobbing, es ist körperliche Gewalt, es ist Körperverletzung, also was völlig anderes. Beim Mobbing geht es um vorwiegend seelisches Schikanieren. Und wenn jemand falsche Dinge behauptet auf dem Schulhof, Beleidigungen benutzt, Menschen ausgrenzt, sind das seelische Schikanierungen. Und wir, glaube ich, müssen unseren Kindern erstens zeigen, dass wir als Erwachsene nicht so sind. Dass wir nicht nach zum Beispiel der nächsten Staffel DSDS, Supertalent oder sonst was lästernd über irgendwelche Sänger in der Kantine sitzen. Dass wir nicht unter irgendwelche Werbeanzeigen posten auf Facebook und haten. Dass wir nicht schlecht über andere Menschen reden. Dass wir einfach mal wirklich ein Vorbild sind als unsere Gesellschaft. Damit Kinder lernen, dass es so geht. Und damit Kinder vor allem aber, und das ist der nächste Punkt, lernen, dass es grundsätzlich immer alles erstmal nur Meinungen sind. Es gibt tausend Meinungen daraus. Es gibt gute und schlechte. Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Folge begonnen habe. Aber was war denn der Aufhänger? Ach ja, genau. Mobbing ist alles, was Mobbing ist, Mobbing. Und die Antwort hast du jetzt eigentlich schon bekommen. Nein. Es ist nicht alles Mobbing. Das meiste ist irgendeine Meinung. Und dann wird es subjektiv, weil ich psychisch noch nicht in der Lage bin, es zu distanzieren von mir, wird es zum Mobbing. Und damit ist Mobbing immer subjektiv. Gefühlt subjektiv. Der eine Mensch kriegt ein Jahr lang nur blöde Kommentare in der Schule und denkt sich aber, er ist trotzdem irgendwie toll, weil er hat halt so seine fünf, sechs Leute, mit denen er Zeit verbringt und sagt, das reicht mir doch. Und ignoriert das komplett und denkt sich so, ja, meine Güte, okay. Wir werden wohl keine Freunde mehr werden in diesem Leben. Ein anderer Mensch wird eine Woche geärgert und kann nicht mehr und sagt, Mama, Mama, wir müssen die Schule wechseln. Jetzt kann man doch, der, 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 kurze Zeit gemobbt wird, nicht sagen, da ist kein Mobbing, weil es noch nicht lange genug ist. Es ist subjektiv und da es subjektiv ist und das ist das Schöne und das ist das Positive, was du vielleicht aus dieser Folge noch rausnimmst, nachdem ich mich ein bisschen in Rage geredet habe, was du vielleicht aus dieser Folge mitnimmst, ist, da es subjektiv ist, können wir auch dem einzelnen Menschen helfen, indem wir ihm dazu befähigen, es subjektiv nicht mehr als Mobbing wahrzunehmen, sondern als irgendeine Meinung von irgendwelchen Typen da draußen und dann eben zu sagen, nur weil es deine Meinung ist, muss ich es nicht zu meiner machen. Ich habe fünf, sechs Leute, denen ich vertraue, die dürfen mich kritisieren. Die dürfen mich auch mal, die dürfen mir auch zeigen, wenn ich auf dem Holzweg bin. Aber ich werde dir nicht das Recht dazu geben, mir in mein Gehirn reinzureden, um es mit einem Bild abzuschließen, was mal eine meiner, eine meiner Seminarteilnehmerinnen gesagt hat. Sie sagte, guck mal, wenn ich hier einen schönen Stift habe und ich schenke dir diesen Stift, nimmst du den dann an? Wo dann die anderen alle gesagt haben, ja, stell dir vor, ich habe hier einen riesengroßen Haufen Scheiße und ich will dir den schenken, nimmst du den dann an? Und alle sagen so, nein. Und so ist es doch auch mit diesen seelischen Schikanierungen, wenn jemand sagt, du bist der schlimmste Mensch der Welt, ist das ein dickes Haufen, ist das ein dicker Haufen Scheiße. Aber du entscheidest immer noch selber, ob du den annimmst. Ich glaube, dazu müssen wir Kinder befähigen, zu erkennen, was nehme ich an und was nicht. Was lasse ich in mein Herz und was nicht? Denn ich glaube, dann sorgen wir dafür, dass unsere Zukunft stark wird, weil wir starke Kinder haben, die stark in die Zukunft gehen und Liebe in die Welt tragen anstatt Hass. Ja, was bleibt mir am Ende mehr zu sagen, als danke, dass du zugehört hast. Habe ich ein bisschen in Rage geredet, aber muss ja auch manchmal sein. Wir bringen die Folge jetzt einfach so raus, ungeschnitten. Ich denke, das ist auch mal ganz schön, diese Emotion tut dir vielleicht auch mal gut und löst auch vielleicht was in dir aus, wo du ins Nachdenken kommst. Wenn du genauso, also das ist auch wieder nur die Spitze des Eisbergs gewesen. In unserer Starke-Runde-Muckis-Trainer-Ausbildung gehen wir noch tiefer rein, um vor allem zu erzielen, dass Kinder subjektiv für das Thema gestärkt werden und nicht anhand von irgendwelchen Definitionen, die kaum greifbar sind. Dass man sich auch nicht an Definitionen aufhängt, sondern sagt, es geht immer um den einzelnen Menschen, um den einzelnen Fall und um das einzelne individuelle Wahrnehmen der Situation. Und da eben zu bestärken, aufgrund dieser Techniken, die ich in den letzten zwölf Jahren erarbeitet habe, aus der Praxis für die Praxis, nicht schulklug, sondern straßenschlau, mit Kindern immer weiter evaluiert habe. Und das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Ich habe mein Training nicht evaluiert, also schon auch zwischenzeitlich, mit irgendwelchen Erwachsenen, die gefangen sind in ihrem Denken, sondern ich habe einfach mit den Kindern immer weiter gearbeitet, gesagt, pass auf, in der Woche bin ich ja wieder hier, du sagst mir genau, was funktioniert und was nicht. Und seid ehrlich. Und da gab es Sachen in meinen Trainings, die haben überhaupt nicht funktioniert, wo ich mir dachte als Erwachsener, das ist eine super Nummer. Und dann haben die Kinder gesagt, das war großer Scheiß. Und dieses Training ist von Kindern mit mir entwickelt worden und daher ist aus meiner Sicht dieses Training eben auch so exzellent, weil es aus der Praxis für die Praxis kommt. Und zwar nicht aus der Schreibtischpraxis von, jetzt nicht böse gemeint, von Erwachsenen, die sich das mal ausgedacht haben, wie es klappen könnte, sondern aufgrund von tagtäglicher Praxis mit den Kindern. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann komm in unser Team Starke Runde Muckis. Wir werden immer mehr Standorte aufbauen in ganz Deutschland. Wir werden irgendwann flächendeckend Standorte haben und jetzt hast du die Chance, einer dieser Standorte zu sein und mit uns gemeinsam wirklich einen Impact in dieser Gesellschaft zu haben. Tja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei www.starkehundemuckis.de Da kriegst du übrigens die Infos oder in den Shownotes. So, jetzt aber bis nächste Woche oder bis nächste Mal bei starke Kinder, starke Zukunft. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann werden hier irgendwo jetzt weitere Videos oder Playlists eingeblendet. Wenn du Interesse daran hast, Kinder wirklich dabei zu unterstützen, eine glückliche Kindheit zu haben, ohne Mobbing und üblen Stress, dann komm in unsere Ausbildung. Wir bilden dich vollumfänglich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Weitere Infos bekommst du auf www.starkehundemuckis.de Den Link findest du auch in der Beschreibung. Hier siehst du meine weiteren Social Media Kanäle. Guck gerne auf Facebook oder Instagram vorbei oder hör meinen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video.